Moin Moin. So, jetzt geht's wieder weiter mit Capfest. Hi, Aura, Eternichwitsch. Wir wollten die Fisch abgeben. Dann wollen wir zum... Jetzt nehmen wir so ein bisschen Gold. Habt ihr es tatsächlich geschafft? Wir bekommen das Fische-Pätzchen. Dann kommt eine Träne. Moment, ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Zwar immer der Traum, mein Sohn ist, die Pätzchen 4 zu fangen. Aber es hat sich sehr hineingesteigert. Und er... er... Lauf unsere... Lauf uns... was? Lauf uns einer über die Planke und tun uns das zuleid. Aber durch die Jungbund habe ich mich wieder daran erinnert. Auch wenn es ein bisschen war. Ich hab... Eine Angelroute. Die ganze Zeit in der Tour aufgebaut. Aber jetzt weiß ich, dass der wahre Schatz die Zeit war, die ich mit meinem Sohn verbracht habe. Also... Also nehmt das. Ich erher würde es wollen. Dass ihr... Sie selbst... Selbst wenn ihr Piraten seid. Wir werden sie mit Ehren halten. Also sein Fischfeld sprechen. Huh. Gut. Und... Wisst ihr was? Ihr habt tatsächlich wieder Lust zu angeln. Eingebote, so und jetzt... Sie schießt... Es wird so eine Köder gegen den Wasserfall und die Einflächen. So... Das war's für heute. Und jetzt ist die Frage, ne? Jetzt die E-Mail auf, ne? Okay, jetzt die E-Mail auf, ne? In meinem Sterben nach Gold verlege ich alles, was mir lieb ist. Vielleicht kann das Gold sie noch retten. Alles, was mir lieb ist, ist sein Gefolge etwa was zu beschossen? Der Goldtum! Hmm. Das war's für heute. 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 Nein, das kann nicht sein. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber Mama Milka wird jetzt umfallen. Machen wir einen, machen wir. So, die Flammen von Katzolodo. So, jetzt. Das warten wir nicht mehr. So, jetzt. Wo war der Lege getötet? Achso er. Wann bist Du? Es ist tatsächlich vollbracht, dieser Nidale-Monster ist wirklich tot, wir raten Lügen Tavernen-Besitzer nie an, so steht im Kuh jetzt, du siehst wie Mama Milka ihre Tränen zurückhaltet, diese Bestie hat mich mein Auge gekostet und meine ganze Kuh, meine Familie, damals waren wir die Milchpiraten, unsere Freunde haben wir mit frischer Milch verwöhnt, unsere Feinde hat fit dererblichen, aber Katsuholo hat dem ein Ende mitbereitet, ich war die einzige Überlebte und seitdem bin ich ganz alleine, diese Monster hat mir meine Familie genommen und ich habe es nur geschafft, meinen Pfandzang auszuschlagen, ich bin so nützlos, ach, aber du hast doch noch eine Familie, Ei, ei, wir sind für dich da, wir lieben deine Milch! Ihr seid echt in Ordnung, die nächste Runde geht auf mich, ihr fällt knallig. Und was euch beide angeht, ihr habt mir gegeben, wonach ich mein Herz schon lange abgesehen hat, aber das hier sollte euer Durst für den Rest eurer Suche stellen. Manchmal findet man, wonach man sich das ganze Herz sehnt, direkt vor unseren Augen, dafür, genau dafür, was man sein Auge öffnet, stimmt's. Jo, haben wir das da sonst, wenn ich... 26... ... 26... ... ... ... ... ... ... ... ... Wenn doch ein Watcher Black ist! Nihihihihihi! Unsere Klo hat so Piraten, finde ich wusste, dass ihr beide herkommen werdet. Und jetzt, ja, mit den Sternen-Rüge-Uweilen und ihr Feldknall. Hm, nur über meinen Leicher. Na gut, wir machen's fertig! Ich bin nicht! Steff einfach! Kann das sein? Ach, bitte. Das ist echt neil, für die Haken. Und jetzt reicht's los damit, wenn ich einen Reinhardt meine ich doch. Es ist halt wieder ein Schildern-Raschgang. Not my low one. Das ist halt wieder ein Schildern. Das ist halt wieder ein Schildern-Raschgang. Wir haben den gezeigt, wer hier echte Piraten sind. Los, lass uns reingehen und in Deutschland gehören uns. Aber, das machen wir morgen. Ich bedanke mich und wünsche euch schon schon Tage nicht vergessen. So, was haben wir heute Morgen? Morgen gehen wir da rein und dann gucken wir mal weiter. Dafür haben wir nichts mehr auf der Karte. Hier ist noch ein Schatz irgendwo verspitt. Ich weiß nicht wo. Und dann haben wir hier unten noch einen Schatz. War das schon für dich? Hier, nee, hier fiel auch noch einen Schatz. Und so hat der Ruin. Er hat ja, aber wir müssen Tio Schia, um unsere, das war das Mann. Tja, das Schlüssel haben wir immer noch nicht, aber ich bin da nicht, wünsche euch schon miesst, was möchte ich uns Zeit gefallen und bis morgen. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020